Moin Moin! Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion Team 2 im 4 gegen 4 Superhelden Modus. Wir gehen rein als Schreinwesen. Ich mache die Reihe komplett. Deswegen Schreinwesen, göttliche kommen dann noch. Passt im 4 gegen 4 immer ganz gut. Das ist sowieso die einzige Möglichkeit, wo man das spielen kann. Und ja, wir suchen erst Start. Ganz entspannt. Das ist der Superhelden Modus, das heißt es gibt dazu immer noch Legion Spells obendrauf. Das ist immer sehr gut. Götterer Segen ist natürlich nicht schlecht, aber schwierig umzusetzen bei den Einheiten. Eher die Kampfnarben, Forderung auch nicht schlecht. Wir hatten den King auf. Ja. Letzten Endes beim Schreinwesen kommt es darauf an, dass wir den Schrein bauen. Also das Seelentor. Das soll man dann auch relativ früh umsetzen. Wo Angler und Bazooka. Zwei Katzen. Ähm, ja. Ansonsten Katzen sind da, Masken sind da, also Stichschaden ist schon mal gut vertreten. Ähm, mit Eintrinkling, Jusora. Da haben wir den anderen Schaden ausgeglichen, das heißt magischen Schaden und Universal ist hier drüben. Aufpreis ist der Wanderer. Wird wahrscheinlich im Split einfach passieren. Ähm, der Nachteil bei den Schreinwesen ist einfach, bevor man das Tor bauen kann, hat man relativ starke Probleme auf Stichwaves, weil die viele leichte Verteidigung haben. Vielleicht Verteidigung ist da, das heißt, ähm, durch Stich mehr Schaden. Da müssen wir aufpassen. Und am Ende haben die Tore den Vorteil, es werden Einheiten gespawnt und die haben alle natürliche Verteidigung. So, aber dahin muss man erstmal kommen. Und man muss natürlich auch sehen, dass man dann, ja, ich will den in die Warteschlange. Man muss natürlich auch sehen, dass die Tore eine Zeit brauchen, bis sie ihre Einheiten spawnen. Das heißt, die Frontline muss lange genug stehen, damit ihr das auffangen kann. Kriegt man aber hin. Auf wen senden wir denn auf die drei Elementare und ein Proton. Das heißt, im festen Fall, äh, ist natürlich ein Maulwurf nicht schlecht, wenn wir den schicken. Ich mache es mal weiter. King-Aufwertungen. Die Suche hält am Anfang sehr viel aus, weil sie den Universal-Schaden hat. Ähm, 47 ist super stark sogar. Und wir sehen, die Masken haben nur 8. Ähm, sind aber auch ganz gut mit Fläschenschaden dabei. Greifen viele Ziele an. Gegen Boss-Gegner, wie es auf der 10 oder 15 kommen, sind die relativ schwach. Da muss man mal aufpassen. Wir können ruhig noch um den Worker gehen. Ist gar kein Problem. Weil gegen Boss-Gegner haben wir so gut wie gar nichts. Da muss man dann aufpassen, dass wir da auch, äh, gut verteidigen können. Zack, 85 haben wir. Katzen-Split. Noch eine Maske, die erstmal nicht bauen. Wir gehen dann auf die, äh, auf den Wanderer. Den platzieren wir dann auf jeden Fall noch. Beziehungsweise den Eindringling, den brauchen wir nächste Runde. Also ich werde wahrscheinlich den Worker erstmal weglassen. Damit wir mal einen Schaden noch mithaben. Aber so ist perfekt. Die Masken fangen schon an zu schießen, die Usor geht nach vorne, hält alles auf. Genau so würde ich das haben. Ja, trüben weiter die Elementare. Gucken, was könnte ich denn, äh, Hauler hat er auch noch. Okay. Gerne den Turtle geschickt, aber egal. Eindringling dazu. Machen wir so. Turtle wurde automatisch wieder rausgeschickt, das ist gut. Zack, Worker rein. Genauso will ich das sehen. Das ist perfekt platziert. Das Witt funktioniert noch nicht so gut. Die Katze ist natürlich auch relativ schwach. Die muss man jetzt aufwerten. Den habe ich fertig gemacht. Den Boss hat er noch geheht gekriegt, aber die anderen sind, äh, relativ low. Die hat er nicht mehr gekriegt. Wir machen Robo rein für die, für die Hauler. Nächste Runde. Die Schutzengel. Ja, machen wir gleich auf Azora. Werde ich hier mal noch eine Katze platzieren. Da haben wir von allen etwas dabei. Schnecke noch mit raus. Das ist die Wahrscheinlichkeit durch, dass er da auch wieder verkackt. Die nächsten 2-11 Wörter halten. So, Yosora down. Yosora belebt. Er hat ein Tsunami aufgewertet, was ihm unglaublich viel extra Stärke gegeben hat. So, close. Holy shit. 20 Leben, 59 Leben. Mal einfach eine Echse mit rein. So. Dann jetzt hier die Katze aufwerten. Zack. Reicht vollkommen aus. Mehr mache ich nicht. Sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Bei einem Taurus kostet 260. Das werde ich wahrscheinlich erst nach der, nach der 10 platzieren. So, komm mit rein. Ja, Priester und das Abgrund hat er noch platziert. Okay, er hat auch magischen Schaden jetzt. Aber wenn wir auf 9 was schicken. Wenn wir auf 9 ein bisschen magischen Schaden rein schicken. Für die Hauler vielleicht. Dann sollte das ausreichen. Dass er dann nicht halten kann. So, jetzt aktuell ist erst mal Wurst. Werde ich nichts ändern. Wir machen die Katze noch fertig. Zwei Worker noch rein. Holy shit. Er hat 21 Worker schon. Wer sind das? Hier. Einfach zwei Dicke Katzen hingestellt. Nicht mal ein Split. Gar nichts. Aber er hält. Schon krass. Und das ist halt locker. Gar kein Problem. Aber wir können noch ein Worker holen. Wir schicken jetzt ein Hörn mit rein. Um gegen den Flächenschaden gegen zu wirken. Probe noch mit raus. Sehr gut. So, was machen wir jetzt? Das ist die Frage. Wir könnten hier natürlich noch so ein Eindringling platzieren. Können auch die Katze noch aufwerten. Stacks in die Katze rein. Die ist maximal. Das ist super. Echse mit rein. Ich muss ein bisschen mehr bauen, weil die Wave bin ich schwach. Krall, die Massen kriegen ja nicht so viel. Das kann gut sein, dass ich verkacke. Nö, sieht ganz gut aus. Dann holen wir zwei Worker. Sehr gut. Sehr schön. So will ich das sehen. Okay, dafür. So, jetzt kommt der der Großvater. Ach komm, pass auf. Ich baue jetzt einfach ein Tor. Ich baue jetzt einfach ein Tor und wir gucken, was passiert. Okay. Großvater ist da. Aufprallschaden. Ja, durch die Masken ist der Kanone, äh, die Kanonenschützchen sofort down. Ja, sehr gut. Komm mal, drei Worker. Der ist durch. Hat viel Stichschaden. So, was machen wir jetzt? Förderung ist schon stark, ne? 30 Einkommen. Aus dem Kampfnarben, um die Osorafelder zu machen. So, wir bauen die hier auf. Stell dir drüben noch ein hin. Und dann passt das hoffentlich. Weil hier ist auch schwierig. Ich habe einen Stichschaden. Markischen Schaden habe ich nicht ganz so viel. Wir könnten hier noch Schuhegans reinpacken. Aber das mache ich so gut wie nie, weil da packe ich zwar Geld rein, aber da ist das ganz schnell auch aufgebraucht, so. Und du kriegst es halt nicht wieder. Ist dann einfach verwendet. Ja, das kann man schon mal machen. Das kommt dann darauf an, ob man die Welle auch so nicht halten würde und damit gerade so. Das ist halt so eine Abwägungssache. Wenn man die dadurch hält, dann kriegt man das Geld natürlich wieder rein. Aber wenn nicht, sieht das schlecht aus. So, wir werfen den auf. Und holen wir auch auf. Noch mehr Masken. Prinzipiell könnte ich natürlich auch eine Rolle machen. Das ist vollkommen klar. Will ich aber nicht. Ich will in dem Modus, wo ich jetzt hier die einzelnen Legionen spiele, auch wirklich nur mit dieser Legion spielen und im besten Fall gewinnen. Deswegen mache ich jetzt hier keine Rolle, weil du kriegst dann vier zufällige Einheiten von überall her. So, das sollte ich haben. Drei können wir machen. Meine anderen haben jetzt mehr Einkommen. Ja, ich glaube hier in dem vier gegen vier Modus ist es jetzt nicht so ausschlaggebend, ob man Kampfnarben genommen hat, weil das du siehst, es ist ja wirklich nur in den letzten Wellen irgendwie, dass das sich ändert. Was können wir machen? Können wir die nächste Welle nochmal eine Katze bauen? Das können wir machen. Jetzt stehe ich noch ein bisschen was rein. Bei nächster Welle ist er wieder stark. Wir sind natürlich auch relativ, relativ stark gewesen mit den, mit den Priesterinnen. Aber 15 ist für ihn dann schlecht, wenn ich dann Frontlane rein schicke, wie Dinos und sowas. So, wir können jetzt Katze aufwerten, wir können auch noch Tore bauen und upgraden. Komm, pass auf, wir graden die ab. Hauen sechs Rocker in die Warteschlange. Maske noch hin. Und da sind wir ganz gut ausgestattet, auch für die nächste Wave. Ich würde den Mohl schicken. Ja, und wir schicken Dinos mit rein. Beziehungsweise dann vielleicht noch Choppels oder so. Jetzt hat er eine Echse geschickt. Wir machen Upgrade. Dann können wir auch ein Upgrade machen. Dann stellen wir noch einen hin. Und drei Katzen-Stacks. So wird das. Noch ein Dino rein. Mal gucken. Also er hat natürlich auch gute Akkorn-Verteidigung mit denen, mit der Wurzelqualle und den Priesterinnen. Schaut er noch mit rein. Deswegen schauen wir einfach mal, wie das funktioniert. Qualle wurde belebt. Qualle wurde belebt. Crab Lord down. Ja, es wurde erhalten. Die Priesterin ist der dritte Priesterin gebaut. Der magische Schaden ist natürlich dann auf jeden Fall gegeben für die Welle 15. Können wir auf 17 noch mal probieren. Was haben wir? Was haben wir? Zauberer. Fähigkeitsschaden. Macht ihr Fähigkeitsschaden? Nö. Aber du machst Fähigkeitsschaden. Wenn ich mich nicht täusche. Ich stelle auf jeden Fall mal noch ein zweiter hin. Ich stelle auf jeden Fall mal noch ein Tor hin. Ich weiß jetzt nicht, die Masken haben Fähigkeitsschaden. Da ist der Schuheking der Fähigkeitsschaden. Das bringt mir gar nichts. Oh, nie. Wer soll schaden? Da muss ich wahrscheinlich auf die Masken machen. Ja. Ich will hier dann einfach, dass die Frontline schnell tot ist. Für die nächste Wave. Deswegen packen wir ein bisschen magischen Schaden noch mit rein. Anti-Flächenschaden. Oh, da hat üblich viele Ratten. Da hat üblich viele Crab Lords. So, Peggy ist rausgegangen. Zwei Robots noch dazu. Das ist sehr gut. Wir werden mir die Maske aufwerten und dem das geben. Ja, wir machen noch einen zweiten Wanderer hin und dann werten wir noch ein paar Masken auf. So wird es gemacht. Das können wir noch reinmachen und dann können wir noch ein Robo reinpacken. 680 geschickt. Sind relativ nah dran. Hat ganz viele rote Elementare. Okay, ich komme durch. Sehr gut. Mein Schattern Gold. Mehr Wirker. Aber natürlich ist durch die Feuer Elementare auch viel magischen Schaden mit drin. Weil die durch ihre Fähigkeit magischen Schaden machen. Wir hatten die Tore auf. Weil die auch magischen Schaden haben. Für die nächste Wave. Ich pack mal 10 Wörter rein. Dass wir noch mal ein bisschen was oben drauf kriegen. Weil so viel habe ich jetzt nicht. Ich habe nur 66. Ich war doch gerade wieder auf. Ich bin ganz unten mit den Wörtern. Das Ganze oben war übelst viele Wörter am Anfang schon gebaut hatte. Das heißt, der hat hier ganz dick Wörter. Oh, holy shit. Default Values Max. Der Fünfer Kampfler der hat ihm alles gegeben. Alles was er hatte. Hat er bei dem bei der Recherin draufgepackt. sooo. Wenn er will noch ein paar Tore bauen. Zack. Den noch dazu. Fertig. Und dann wird gesammelt. Der schlechteste von dem Wörtern. Aber ich bin viermal durchgekommen im Gegensatz zu ihm. Wir könnten natürlich jetzt noch mehr Worker bauen. Um es auszugleichen. Aber ich baue lieber noch Einheiten. Ich baue jetzt keine 100. Ich baue jetzt keine 100. Ja, ich habe auch tausend drunter. Da bin ich noch der Beste vom Kämpferwerte her. Ich habe die wenigsten Worker. Die haben wir noch ganz schön zugeschlagen jetzt in der letzten Runde. Da kommt es raus. Und die nächsten. Das hat der Vorteil bei den Toren. Wenn man die platziert hat. Und man kann vorne ordentlich tanken. Dann kommen immer wieder neue nach. Das wechselt immer ab zwischen den Tanks. Die natürliche Verteidigung und Aufprallschaden haben. Und den komischen Werfer teilen. Die auch natürliche Verteidigung haben. Aber magischen Schaden. Kann jetzt hier auch kein Ausmachen. Dass ich das mal oben zeigen könnte. Sind nur ein Haufen Krabben zu sehen. So, wir warten auf. Zack, zack. Können wir die aufwerten? Ja. Sehr gut. Nur ein Kingpin. Der muss die upgraden. Ganz viele Ochsen und Hydras. Ja, die eine Runde überstanden haben. Aber die zweite nicht. Oh, hallo. Mega Fett. So, da sind sie. 100 Markischen Schaden. Und natürliche Verteidigung. Und da kommt immer wieder neue raus. Ja, wir schicken auch Krak rein. Weil er ganz viele von denen gebaut hat. Das sind die Kragen wichtig. Wir bauen noch ein Tor. Ja, da brauche ich lieber noch so ein. Vorheiz mit rein. Ja, da kommt noch ein Drache. Was soll's. Okay, 3.360. 2.900. Ich kann aber auch nicht so viel überkommen. Die Kragen sind am Start. Die blocken den Markischen Schaden hauptsächlich ab. Rechts die Helmetare sind schon tot. Es ging unheimlich schnell. Das werde ich locker, locker durchbrechen. Bei mir war es auch noch eine Frage der Zeit. Aber ich habe es noch ganz gut rausgezögert. Mit meinen, mit meinen Toren. Das sieht aus, das kackt mir hier ab. Schade. Schade, 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 schade. Naja. 127 Bürger. 82. Hätte ich mehr Bürger gehabt, wäre ich wahrscheinlich viel schneller durchgebrochen. Das steht fest. Der hat Fiesta gehabt. Krass. Ja, das war der Weiterunterlidchen. Schaut auch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Bis dahin, entspannt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.